Brief an Willibald Pirckheimer, 8. September 1506. Hochgelehrter, Bewährter, Weiser, vieler Sprachenmächtiger, kühner Entdecker aller vorgebrachten Lügen und schneller Erkenner rechter Wahrheit. Ehrsamer, hochgeachteter Herr Willibald Pirckheimer, euer untertäniger Diener, Albrecht Dürer, gönnt euch heil, große und würdige Ehre. Aber zum Teufel mit dem Geschwätz, das meinst du auch, oder?